Hallo zusammen, ich bin Nicola Spierig aus Bacher-Bühlach in Zürich. Mein grösster Erfolg war der Olympiasieg in London 2012. Die grösste Herausforderung in der Vorbereitung auf Rio 2016 war einerseits der Handbruch im März. Der hat mich definitiv zurückgeworfen und hat die ganze Vorbereitung verändert. Andererseits sehe ich auch, dass ich jetzt Olympiasieger bin mit Verpflichtungen und vor allem Mutter, dass ich eine Familie habe. Für Rio 2016 ist das Training sehr schwierig. Im Triathlon hat man drei Sportarten. Ich musste mich in allen Disziplinen verbessern und um das in einen Tag hineinzubringen, schwimmen, Velofahren und Laufen, eigentlich immer top-qualitative Trainings zu machen. Das ist sehr schwierig. Da bin ich froh, dass ich einen sehr erfahrenen Trainer habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017